Geh doch schneller. Lass mich durch, bin Arzt. Er lässt mich nicht durch. Jo, hallo sehr, bis heute zu einem letztlich zwischendurch heute mit der Schattenblume. Ich weiß gar nicht, ob sich die gewünscht wurde, aber ich dachte mir... Das zählt klar zu meinen Lieblingsblumen, deswegen spiele ich die mal. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Also, hab der warmen. So, eigentlich wollte ich den da oben holen. Oh, komm schon. So. Naja, ein Mensch hat sich nicht so gut aus für die Pflanzen. Komm schon. Nein, das erlebe ich bestimmt nicht. Ah, da ist ja noch einer. Was haben die mal für Wichte? Das gibt es doch nicht. Irgendwann hat man dann keine Chance mehr. Aber wenigstens will ich nicht so viel leben. Wissenschaftler und Wichte. Gut. Eigentlich wollte ich am Meister wiederbeleber werden. Meister Heiler. Okay. So. 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 Und wenn der Gäste mich für den Spanchen hat, auszulösen, bei mir ein wenigstens ist, Desmond, bei mir ein bisschen zuiiest, auszulösen. jetzt sollten wir auch auf die bombe schauen was nicht so gut hinhaut ja so mache ich das naja in der vorlage so mache ich sie ja nicht okay kannst du nehmen uns mal geben wir mal ein bisschen mehr auf die bombe aufs gewinnen denn das wäre jetzt sonst ziemlich schade wenn das spiel gleich schon zu ende wäre okay wir haben die bombe aber ich denke ja dass wir sie gleich verlieren werden die verdammten nichts wichte und die verdammte wichtigen hier wächst die bemerken nämlich doch nicht was ist los mit ihnen doch doch noch und das noch gewicht und den hat er natürlich nicht es sind ja viele abgewehrt aber das sind trotzdem zu viele und sie haben schon bezieht was soll denn das ich glaube nicht dass wir das noch gewinnen das gute ist ja gut wir haben wenig sonnenblumen also wenig konkurrenz was das wiederbelebende teilen angeht aber dafür gehen da ziemlich viele wissenschaftler mal schauen okay im schritt die bombe dass man nicht mehr so in die blühe und es ist sehr gut wenn ich die bombe aufnehmen weil ich bin die kleine sonnenblumen mit 100 leben solltet ihr irgendwer anderer aufnehmen zitteln oder so wo ist der noch ja sind alle da warte mal so jetzt komme ich zitteln jetzt ver-supported jetzt bleib stehen Oh, ja, genau, gerade Ich werde sie nicht überleben Keine Chance Ich komme bestimmt gleich alle von A Und dann Selbst wenn ich platziere Es ist keine Sache hinter mir Die mich unterstützt Ich habe es geschafft, okay Wenn jetzt da irgendwer Noch diese Buskel hatten Ja gut, da sind sie viel zu viele Ja Haben sie schon einen Chef? Noch nicht Ja, da sind nicht zu viele Den Chefen bestimmt gleich Ja Naja, wenigstens habe ich Mehr geschafft, als ich dachte Ich habe es platziert Eispilze sind auch immer ganz nett In der Nähe von Bombenplätzen Oder von dem Bombenplatz In unserem Fall Ja, ich gehe mal nicht in Bombe Vielleicht geht er die Äbse dahin Ich kann sie ein bisschen unterstützen Aber du musst in die andere Richtung, gell? Ist dir das bewusst? Ja, hinter mir ist noch ein Ding Ich kann den Namen nicht mehr Oh, ja wenigstens heraus Gut, du warte Ich gehe schon So, dann hat das ja nur eine lange Lagerladezeit Ich bin gar nicht Ah, ich habe da gleich das Nachladbild nicht dabei Noch jemand? Ich sollte eher zu Bomben gehen, gell? So Jetzt Was? Ah, ja Kommt er schon wieder Ichr, kommt eine Kommt nur Kommt nur Kommt nur her Bam Oh, das hat nicht viel Jetzt Bam ich bin mir so blöd und glaube ich versuchte sie mir die gleiche zu bekommen zwischen objekt die objektiv spielen wiederbeleben und heilen und kills machen ich glaube das gelingt mir gar zu ziemlich gut mit dem besseren team wäre es natürlich noch angenehmer aber man kann nicht alles haben im leben die hellbohm wäre unnötig weil ich fast voll geht geht auch drauf die bombe bisschen schneller Okay, ja, wir haben platziert. Ich laufe, meine Kleinen. Ich laufe. Geh doch schneller. Lass mich durch, bin Arzt. Er lässt mich nicht durch. Nein, der Mitschäft. Ja, ich glaube, das wird nichts. Noch knappe 5. Vier nach Minuten. Schaffe ich das gegen die ganzen Wichtige? Da ist noch... Ich schaffe es. Nein, ich schaffe es. Ich glaube, die sehen mich nicht als Bedrohung. Und deswegen gehen sie nicht so hart auf mich. Schon haben sie mich ein bisschen eingespielt mit der Schattenblume. Okay. Okay, Jungs. Ich bin noch... Ach, ich kann nichts machen. War zu hart im Geschehen und die Helden schärfen wir schon wieder. Ich muss zugeben... Wenn wir wenigstens eins oder so... Das stören. Wenn wir einen kleinen Erfolg haben. Aber ich muss zugeben... Ähm... Sie haben nicht schlecht gespielt. Also es ist... Wenn sie nicht zu viele Wichte hätten... Dann wäre es noch verdienter, aber ja, so. Haben nicht so schlecht gespielt. Ah! Und die sind schon wieder da. Keine... Wieso geht hier keine Pflanze vor? Was sind das für Pusses, Mann? Oder sie sind einfach nur clever und gehen nicht mitten in die... Lass mich... Er blockt mich. Er blockt mich. Er blockt mich. Ja. Also die waren jetzt trakler, oder? Die sind nicht vorgegangen. In die Arme der Feinde. Und wo gehst du eigentlich hinten mit deiner kleinen Bombe hier? Egal. Ich komme zu dir. Das Gute ist, ich kann es sonst nicht... Glaube ich da auf der anderen Seite. Da haben wir hier eine Heilblume. 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 Heilblume hier. Ja, das schaut gut aus. Einen schaffen wir. Einen schaffen wir. Ich bin zwar tot, aber einen schaffen wir. Einen schaffen wir. Einen eigenen Willen. Ach, wenn Dose Times besser richtig verbaut. Ich sage doch nicht, ob es nicht mehr beobachten soll. Einenmayınnsmet beobachten kann nicht weiter. Elisabeth. Oh, das ist ein Schuss. Oh, hier bin ich über die Mordschips. Was ist das? Ich bin aber gar nicht im Plan, was ich machen soll. Das ist was ich mir gemacht habe. so ich geh Machen wir den hier machen wir den mal fertig dann gehen wir hier Richtung Bombe jetzt heilen wir uns und hinter mir kommt der Chemiker Wow... Was ist mit der V Syrian? establish that Ah, ja, das war's. Und beides auch! Meister, hello! Geiler Scheiß! Aber verloren haben wir! Und das ist auch so... Na ja, wenigstens eins haben wir. Achtung! Charakter und so weiter, aber ja, ich werde euch, ich werde wahrscheinlich auch eure Wünsche ein bisschen berücksichtigen. Ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, schaut auf Facebook, Twitter, Instagram vorbei, nichts zu uns in die Videoschreibung, bis zum nächsten Mal und ciao!